. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen die Spielvereinigung Unterhaching, Endstand 3 zu 1. Wir beginnen Teil 1 mit dem Trainer unserer Gäste, Ari van Lent, und ich darf Sie um die Worte zum Spiel mitnehmen. Ja, danke. Ja, es fällt mir natürlich ein bisschen schwer, weil die 3 zu 1 Niederlage hört sich natürlich eine klare Geschichte an. Ich fand, dass es nicht so klar war. Ich glaube, dass wir ein gutes Derby gespielt haben, dass wir richtig gut im Spiel waren, dass sie dieses ganze Derby sehr gut angenommen haben, sehr bestimmend waren, auch von da aus viele Zweikämpfe gewonnen haben und eigentlich auch dann aus dem Nichts, wenn ich das so sagen darf, in den Rückstand gekommen sind. Und wir haben trotzdem weiterhin an uns geglaubt. Wir haben alles reingehauen heute, auch verdient zum 1-1 gekommen, wo man vielleicht gedacht hat, vielleicht legen wir das Spiel nochmal um. Wir haben dann, denke ich mal, hinten raus einfach durch, ja, gefühlt zwei eigene Tore, die wir uns doch unglücklich selbst verursacht haben, doch das eigene Spiel gegen uns entschieden. Und wie gesagt haben wir es dann nicht mehr geschafft, irgendwo nachzulegen. Natürlich ist das von der Begebnis schwer zu erzählen, aber ich gebe die Mannschaft ein Kompliment. Ich hoffe, sie bleibt dran, sie bleibt auch jetzt nach diesem, denke ich mal, ordentliches Derby, was wir haben, dass wir versuchen, das über die nächste Woche so die Situation anzunehmen, damit wir wieder das Spielglück auf unsere Seite bekommen, damit wir auch wieder dann endlich mal wieder punkten. Im Moment ist natürlich sicherlich, alle sind enttäuscht, aber wie gesagt, wir werden bis zum Ende dran glauben, weil da haben wir auch einen Grund dafür und dafür werden wir natürlich auch alles tun. Vielen Dank. Dann die Frage an die Pressevertreter. Gibt es Fragen an Ari van Lent? Ja, Christoph Leischwitz, bitte. Ari, servus, guten Abend. Hallo. Ari, ich stimme zu, dass das in der ersten Halbzeit eine gute Leistung war. Nach dem 1 zu 1 war dann aber, also habe ich nicht mehr viele Torschancen von euch gesehen. In der Schlussphase hat 60 auch frischer gewirkt. Woran lag das deiner Meinung nach? Ja, ich denke, dass das Spiel dann entschieden war. Ich glaube, dass wir alles rausgehauen haben. Und ich zum 1 zu 1, denke ich mal einen unheimlichen Aufwand getrieben haben, um überhaupt das 1 zu 1 zu machen. Ich glaube, danach war es eher so ausgeglichen. Aber durch die Gegentore, die wir dann hatten, war das Spiel entschieden. Ich glaube, da waren wir sehr geknickt. Wir konnten dann auch hinten raus dann nicht mehr nachlegen. Aber ich glaube dann, ich glaube schon, dass der Gegner in dem Moment dann auch ein bisschen frischer wirkt. Ich glaube aber nicht, dass es damit zu tun hat, weil wir es trotzdem einfach weiterhin versucht haben, um ja noch alles möglich zu machen dann heute. Der Luka hat bei seiner Auswechslung sehr erschöpft gewirkt oder vielleicht sogar ein bisschen benommen. Ist irgendwas mit ihm was Schlimmeres? Nein, soweit ich das jetzt auf dem 1. und 3. Spiel mitbekommen, eigentlich nicht. Nein, ich glaube, das war nur ein Moment. Wir wollten ihn auch wechseln. Da hat er dann kurz dann zufällig dann gleichzeitig dann etwas im Kopf gehabt. Aber soweit ich weiß, ist nichts Schlimmes. Er lief wieder normal rum. Teil 2 der Pressekonferenz. Michael Kölner, herzlichen Glückwunsch zum 3-1 Derbysieg gegen Haching. Wie fällt dein Fazit zum Spiel an? Ja, guten Abend zusammen. Intensiv, umkämpft und am Ende kaltschnäuzig. Ich glaube, das war halt so, wenn man das Spiel so in drei Begriffe einordnen will. Wir haben ein intensiver Spiel, glaube ich, beide von meinen Mannschaften gesehen. Deswegen haben wir hart umkämpft das Spiel gesehen. Es ist um jeden Zentimeter gefüllt, das im Grünwalder Stadion gekämpft worden. Und am Ende waren wir heute endlich mal wieder kaltschnäuzig. Wir haben die Möglichkeiten, die uns dann trotzdem mit dem Spiel angegeben hat. Auch wenn es, glaube ich, jetzt nicht ein Festival an Torchancen war, sondern die haben wir eiskalt genutzt. Von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, für Haching natürlich ein schwieriges Ergebnis, aber für uns natürlich ein umso wichtigeres Ergebnis. Ich glaube, dass wir heute von Beginn an sehr, sehr griffig waren. Haben sicherlich auch nur den Ausfall von Daniel Wein zu verkraften gehabt, der sich in der Endphase vom Aufhärmen nur verletzt gehabt hat. Und es war natürlich schwierig, dass wir dann noch umstellen mussten. Wir mussten dann mit Dennis Dressel auf der Sechser-Position spielen. Der hat dann im Laufe des Spiels sich dann richtig gut auf der Position eingespielt und eine gute Leistung auf der Position geboten. Und mit Niki Lang in der Dreierkette, glaube ich, haben wir heute auch ein guter Startlöffel von den Jungen gesehen. Ich glaube, das war für ihn nicht so einfach. Aber ich glaube, entscheidend war für uns, dass unsere älteren Spieler mit Dennis Erdmann und vorne mit Sascha Mölders und mit Stefan Lex am Ende auch den Kahn gezogen haben. Das war am Ende wichtig, dass die älteren Spieler vorangehen, die jungen Spieler mitnehmen. Und ja, und dann haben wir einfach heute, glaube ich, eine geschlossene Mannschaftsleistung am Ende von meiner Mannschaft gesehen. Das ist dann, glaube ich, der Ausschlag gegeben. Der Ausschlag war für die drei Punkte. Und ja, für uns fühlt sich das heute natürlich gut an. Es ist ein anderes Wochenende, wenn du gewinnst. Und besonders gut gefallen hat mir heute, dass in der Kurve die ganzen Zaunbanner unserer Fans, Fanclubs aufgemacht wurden. Es gibt einem trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass ein Fußballspiel stattfindet. Und es hat uns wirklich gut getan. Es war immer toll, in die Kurve zu schauen und die ganzen Banner unserer Fans, Fanclubs zu sehen. Und ja, jetzt freuen wir uns, dass wir heute drei Punkte geholt haben. Und es war ein wichtiger Sieg für uns, dass wir heute auch wieder unsere Fans glücklich machen konnten. Die ja im Vorfeld schon mit dem ausverkauften Stadion, mit den virtuellen Tickets, glaube ich, schon eine große Vorleistung an uns rübergespielt haben. Und den Pass, glaube ich, haben wir gut aufgenommen. Und konnten an die Fans mit dem Derbysieger am Ende den Pass wieder zurückspielen. Dankeschön. Die erste Frage sehe ich schon von Oliver Griss, bitte. Herr aus der Kölner, Glückwunsch. Frage, die Dreierkette, wäre die auch ohne den Ausfall von Daniel Lex zu Werke gegangen? Von Daniel Wein? Ja. Ja, ja, das war vorher geplant, dass wir Daniel Wein nicht auf der Sechserposition gespielt haben. Und wir hätten genauso mit der Dreierkette gespielt, vor dem wir jetzt nur ein 1 zu 1 wechseln. Wir mussten den Dennis nach hinten ziehen und dafür Talie dann auf die halblinke offensive Position stellen. Das war der Plan. Wir wollten schon auch, dass wir gut stehen hinten. Das war einfach nicht kompakt, wenn die auch den Gegner bekämpfen können. Ich glaube, man hat gesehen, wir mussten heute schon viel in die Zweikämpfe investieren. Vor allem bei den Toren haben wir es gesehen, dass es natürlich ein Trumpf von uns ist. Wenn wir dann so 50-50 Zweikämpfe am Ende auch für uns entscheiden, dann auch für Wucht reinbringen. Sowohl als beim 1 zu 0, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch beim Sascha Mölder sein Traumtor zum 2 zu 1. Und dann haben wir hinten raus einfach einen exzellenten Konter gespielt, der von Philipp Steinert super eingeleitet worden ist. Und das freut mich natürlich, dass der Plan aufgegangen ist, dass die Spieler heute vor allen Dingen mental so stark waren. Ich glaube, das war im Vorfeld keine einfache Situation für uns. Haching hat in dem Spiel eigentlich nur gewinnen können so gefühlt und wir hätten auch nur verlieren können. Und von dem her hat es mich echt gefreut, dass die Mannschaft auch vom Kopf her so stabil zu Werke gegangen ist, kaum was zugelassen hat und am Ende den Gegner dann trotzdem mit der kompakten Spielweise ein Stück weiter kontrolliert hat. Können Sie denn sagen, was Daniel Wein für eine Verletzung hat? Ist es nur eine Zehren oder ein Faserriss? Keine Ahnung. Er hat kurz reingestochen, so gefühlt. Er hat auch nicht genau gewusst. Er hat sowas noch nie gehabt. Er hat noch nie eine Muskelverletzung oder sonstiges gehabt. Von dem her können wir jetzt so schlechte Aussagen machen. Wichtig war trotzdem, dass wir das als Mannschaft auch gut kompensiert haben. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Vor dem Spiel fallen wir mit Säuger und mit Wölsch zwei Eckpfeile in unserer Mannschaft aus. Wir sind einmal auf der Position, um vor einigen Wochen schon als Ausfall letztendlich hinnehmen zu müssen. Und dennoch war die Mannschaft aber stark genug, als Team zu funktionieren. Ich glaube, das ist unser Schlüssel, dass wir, wenn wir als Mannschaft richtig gut auf den Platz kommen, dann sind wir auch schon schwer zu bespielen und vielleicht auch schwer zu besiegen. Sonst noch Fragen an Michael Kölner? Keine mehr? Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und bis bald. Dankeschön. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Servus.